Heute haben wir wieder vorbereitet, weil wir ja so begeistert sind von diesen Silikonmodulen oder Silikonförmchen. Das ist das Kreismodul 6. Stimmt's Chiara? Ja. Ja genau. Das haben wir ja schon länger im Programm und dieses kommt jetzt. Die lassen wir jetzt fertigen. Ich sag's Ihnen, mit dem können Sie solche tolle Sachen machen und die haben eine ganz tolle Größe jetzt auch für die Vorweihnachtszeit und für das ganze Jahr hindurch. Wir haben Ihnen das ja schon im Gebäckbereich gezeigt und jetzt haben wir Törtchen gemacht und zwar immer wieder passt ja bei uns alles zusammen. Wir haben einen Biskuit genommen, eine vierjährige Platte und in diesem Kreismodul rund. Stimmt's Chiara? Nein, ich glaube Kreis Ausstecher rund. Achso, ich muss immer fragen. Oder? Ja. Ausstecher Trio rund. Genau so. Also jetzt haben wir sämtliche gefragt. Das heißt Ausstecher Trio rund. Da können Sie wunderschöne Törtchen machen. Ihr habt drei Größe und dann gibt es ja immer diese Teilchen dazu, dass wenn Sie ihr Törtchen eingesetzt haben, dann können Sie hergehen und können das wunderschön rausdrücken. Und wenn ich dann dieses Teil nehme und mache das hier oben rein, dann kann ich es mit der nächsten Größe machen. Also es ist ein ganz tolles Werkzeug. Und jetzt haben wir also den Biskuit ausgestochen mit diesem kleinen und siehe da, es passen von diesem Modul, passen die Teile oben drauf. Und wir sind jetzt einfach hergegangen und haben unterschiedliche gemacht. Also das ist jetzt mit Mürbeteig gemacht. Das haben wir oben draufgelegt. Wir haben ein ganz kleines bisschen Creme innen reingespritzt. Dann haben wir es mit Schokolade gemacht. Und dann haben wir es da unten mit Sahne gemacht. Das ist jetzt übrigens Sahne eingefroren. Ganz wichtig, wenn Sie Sahne eingefrieren oder Creme in diesen Modulen, dann bitte muss das mit Backbremsspray ausgespült werden, weil schon springen Sie es nicht raus. Es ist wirklich wichtig, ein ganz kleines bisschen fetten, aber nur im Creme-Bereich. Im Schokoladen-Bereich brauchen Sie das nicht machen. Und jetzt stellen Sie Ihnen mal vor, Sie haben eine Einladung und Sie haben diese wunderschönen kleinen Teilchen stehen. Da ist jeder begeistert. Und das natürlich wieder bei uns mit dem 12 auf einen Streich funktioniert das hervorragend. Und transportieren können Sie. Wow! Voilà! Das passiert das Beste. Haben meine Englische Kinder jetzt zu mir gesagt, die Chiara und die Selina. Oma, das musst du sagen. Das passiert das Beste. Weil dann bist du up to date bei den Jungen. Finde ich super. Ich lande immer noch dazu. Und schaut, die sind so toll. Die sind toll, die braucht es ja. Aber wie gesagt, wie immer zwei Stück. Mit einem lohnt sich es nicht. Und diese auch. Mit dem haben wir jetzt diese Teile gemacht. Und was das Beste passiert oft einmal, wir müssen auch erst ausprobieren, damit wir alles wissen. Ich habe Ihnen ja gesagt, für die Kleine brauchen Sie diesen Kleinen zum Ausstechen, weil der passt hart genau hier dazu. Schlau, wie wir waren, haben wir gesagt. Probieren wir. Passt zu dem auch. Hat nicht gepasst, weil wir brauchen ein bisschen einen größeren. Ich muss Ihnen das zeigen. Aber nur ganz kurz. Klar, aber ganz schön, kurz drauf nehmen. Oferknüppel. Okay? Warum? Wir haben wieder Creme hier eingefroren und haben gemerkt, wenn das Unterteil nicht groß genug ist und die Creme taut auf, dann rutscht die runter. Und das ist uns passiert. Und jetzt sind wir hergegangen und haben den Biskuit mit dem Törtchenaussteher ausgestochen. Und siehe da, das passt hervorragend. Das ist jetzt schon mit dem gemacht. Und da haben wir unten Biskuit, dann haben wir oben drauf können Marmelade streichen oder Schokolade haben wir jetzt gemacht. Und dann haben wir die Schokosahne eingefroren und haben dann das ein bisschen auseinandergezogen und haben es rausgenommen. Und wenn halt ihr Unterteil zu klein ist, so wie bei uns gekriegt, dass es überkriegt und rutscht runter. Das muss satt aufliegen. Hier haben wir Biskuit und Mürbtheit mit der Chorzucker abgestäubt. Und hier haben wir das Ganze auch noch mit Chocobella oder mit Schokolade verziert. Und schon haben wir wieder wunderschöne Törtchen. Die bereichern doch jedes Buffet. Und jetzt soll noch einer sagen, man braucht das nicht. Man braucht es ganz einfach. Und da passen ganz, ganz viele in der Schublade rein. Also man kann die richtig schön stapeln. Und Sie schauen immer wieder die Videos an und da geben Sie viele Anleitungen. Simone macht jetzt auch noch was, Simone. Sag es mal. Das probieren wir auch aus. Jetzt haben wir es ein bisschen ein, mit dem Trennsperr eingesprüht und mit dem Pinsel verteilt. Und jetzt haben wir die Schäumchenmasse angerügt. Mit Wasser habe ich die angerügt. Und jetzt geben wir das da rein. Und das ist auch ein Versuch jetzt. Und dann backen wir es, das Ganze. Mit dieser neuen Form. Das streiche ich jetzt noch glatt. Und dann geben wir das in den Ofen. Ja, und ihr habt zwei Rezepte bei der Schäumchenmasse. Die Simone hat ja schon mal gezeigt, wie es die Rosen spritzt auf dem Nagel. Und das kann sie Ihnen ja gerne wieder mal zeigen. Das reicht jetzt, wie gesagt, noch ein bisschen glatt. Und dann backen wir es ab. Und jetzt können Sie diese Zuckermasse auf jedes Gebäck legen und auch wieder auf jede Torte. Man könnte es auch einfärben. Aber das kann jeder machen, wie er will. Das Ganze wird getrocknet im Backofen. Also nicht hoch gebacken, aber es steht auf der Verpackung dann auch drauf. Und ich glaube, das ist jetzt auch eine schöne Sache für die Vorweihnachtszeit und ansonsten das ganze Jahr hindurch zum Garnieren. Schaut, die Kleinen kann man da oben drauflegen. Das haben wir auch gemacht. Und so habt ihr wieder ein wunderbares Gebäck. So, Simone, wir sagen wieder Tschüss. Chiara, Selina, herzlichen Dank, dass ihr uns aus der Patsche geholfen habt. Und dass ihr uns gesagt habt, wie man bei der Jugend punkten kann. Und das haben wir halt gemacht. Wie heißt es? Das passiert der Beste. Das passiert der Beste, okay. Also wenn euch das auch mal passiert, denkt euch nichts. Uns passiert auch gar viel. Also dann bis zum nächsten Mal, gell? Viel Spaß, tschüss. Und dann bis zum nächsten Mal, gell?